Glocke Sie verwirrt mich Die Glocke Sie stellt mich aus Das hast du sehr gut erkannt Dann kommt hier gleich Moment Also das Spiel hing gerade schon wieder so Als würde irgendwie was kommen Ja, die Uzi's, die sind mir sehr sympathisch Die mögen wir eh sehr Ja, oh Gott Ah, sieht schon wieder toll aus hier Hallo, hallo, hallo Läuft hier schon? Hier läuft, hier läuft einer Nach oben, ach, hallo Schauen, ja, genau da Lara, komm, den kannst du doch wohl Ne, kann sie nicht Echt, Frau Ich glaub, es hackt Vorsicht, auf den Boden Achso, darf ich da nicht Drauftreten, auf diese Dinger da Ja, zumindest nicht einfach so Da drauf, da müssen wir mit Plan Drauf springen, sagen wir's mal so Mit Plan, achso, ja Also nicht so blind Drauf loswüpfen, das geht nicht Also sollte ich vielleicht erstmal hoch Du kannst es auch austesten Was dann passiert Will ich das? Naja, ich weiß nicht Also ich glaube, ich will das erstmal nicht Na gut Du kannst aber erstmal die Standardwaffen nehmen Okay, Gott, das sind ja gleich drei Stück Die armen Kerle da Naja Irgendwie tun sie mir ja leid Achja? Ja, so, so a little bit Naja, mir nicht Nein? Warum? Weil sie hässlich sind Ja, okay, sie mögen vielleicht hässlich sein Aber ist das ein Grund, Leute einzusperren? Nein, natürlich nicht, aber das sind auch keine Leute Ja, okay Sollte ich hier runter gehen, oder bin ich dann Nein, du musst eins weiter runter gehen Okay Ja, aber da ist doch Ist doch schon wieder so eine Platte Ja, genau Und da müssen wir uns jetzt schön davor stellen Also ein bisschen andersrum Okay Ja, und da oben läuft Leute Ach, da oben kommt Ach, ich muss auf die Glocke wieder schießen Ja, im Fluch Aber ich glaube, wenn du oben stehst und runter springst auf die Platte, geht das einfacher Warum bin ich dann jetzt runter gesprungen? Ja, weil du schon wieder nicht auf mich gehört hast Du hast doch gesagt, du musst eins weiter runter Ja, aber nicht so Naja, anders runter ging ja nicht Ja doch, mit springen auf die Platte Also da bitte ich jetzt meine Zuschauer Dann nochmal zurück zu spulen und genau zu hören, was Judith gesagt hat Ja, so habe ich es halt gemeint Ja, ich kann ja nicht genau deuten immer, was du so meinst, ne Ja, ich speichere hier oben Auch wenn wir noch nichts geschafft haben, außer eine Glocke geläutet, aber Also ich muss jetzt die Waffen ziehen, da runter springen und dann direkt auf die Dings zielen Genau Also Und schön schießen Einfach nur normal einmal nach vorne drücken oder springen Ja, die springt ja dann vorne alleine Geh doch einfach mal runter und schau, was passiert Ja Wow, wow, wow Genau Ah, okay, okay, okay Boah, das kostet aber Leben Ja, ja, die tut sich da ein bisschen weh dabei Ich habe sie nicht mal ge... Nein! Deswegen, ja, nach zwei, dreimal stirbst du dann Oh, okay Aber von da oben geht es doch ein bisschen besser als von da unten Wenn die da unten drauf steht, äh, trifft die das irgendwie nicht Ja Wahrscheinlich musst du springen, ja Ja, dann versuchen wir... Die trifft die nicht? Nee Aha, jetzt bin ich aber wenigstens so gerutscht Ich treff den Mist nicht Nee, nee Deswegen sage ich ja von da oben Ich hätte noch eine andere Idee, warte mal Theoretisch müsste das gehen Ich weiß ja nicht, ob sich... Ob sich das Spiel so austricksen lässt, aber... Eigentlich... Nee Ha, hast du gedacht Ach, Lara, kannst du nicht irgendwie einfach so um die Ecke zielen? Ist das denn zu viel verlangt? Das könntest du bestimmt Ah... Also ich muss springen, hast du gesagt Dann... Ja Ich spring halt mal ein Stück nach vorne Ah, ich geh aber noch mal eins zurück gerade Ja Ich treff das nicht Das muss aber gehen Es geht aber nicht, wie man sieht Doch Ach, Mensch Das ist doch... Kake Du musst nur richtig stehen Ja, nur richtig stehen Das ist bei Lara ja auch immer so einfach Ja Dann probier's doch jetzt von hier aus nochmal Ja, aber sie schießt doch nur gerade aus, weil sie ja gar nicht... Ja, aber jetzt mit Sprung Ja, warte weiter Die trifft das Ding doch gar nicht Jetzt bin ich wieder tot Doch, die trifft es, das geht aber Ja, aber jetzt gerade nicht Dann musst du das doch machen, dass es geht Ja, das war jetzt wieder so ein schöner Satz Mach das am besten so, dass du nicht stirbst Ja, mach es so, dass es geht, ja Ja Wenn das immer so einfach wäre, was es nicht ist, aber egal Es ist so einfach Ja, ich würd ja jetzt sagen, willst du spielen, aber... Ich würd gern mal, ja Ah... Man, das geht doch nicht Doch 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 Nein Na, das war jetzt wieder nix Ja, aber wie denn sonst? Höher kommt sie doch gar nicht Ja, sie braucht da nicht höher Ja doch, sie zielt ja nicht auf die Glocke Ach, die... die blöde Älse wieder Ja Wie willst du denn jetzt bitte, dass ich das mache? Also ich soll zurückgehen und dann schon mit einem Sprung auf die Platte, richtig? So würde ich's probieren Ja Es geht aber trotzdem nicht Ja, wenn ich das jetzt noch einmal mache, dann bin ich wieder tot Aber es sah doch jetzt gar nicht so schlecht aus Ja Ja, und dass dieses Ding einen da vorne hin katapultiert, das bringt auch nix Also man muss wirklich schießen und nicht, äh... Hm, genau Hm Ja, das geht nicht, aber wenn man, wenn man nach vorne rutscht, ich versuch das jetzt immer so zu machen Ja, weil dann tut sie sich nämlich wenigstens nix Ja Dann laden wir nochmal, ich hab jetzt den Trick raus, wie sie sich wenigstens nichts mehr tut Ja, immerhin Aber wenn man da auch nicht treffen, bringt's auch nicht viel Also ich mach das nicht von hier oben, ich mach das von unten Also ich hab nicht das Gefühl, dass das da was bringt Sag ich dir ganz ehrlich, so, dann hab ich gesagt, da hinten hin Aber so trifft sie auch nicht, wie du siehst Ja, und da, da geht, da rutscht sie natürlich, ja logisch Ja Ach, Lara Lass dir doch mal irgendwas besseres einfallen, ich hab keine Ahnung Ja, so rutscht sie auf jeden Fall immer schön Ja, aber es bringt ja halt auch nix Jedes Mal dran vorbei Ja, aber... Total doof Wie denn? Weil ich hab's genau andersrum so empfunden, dass es von da oben dann ging Ich hab's auch von da unten probiert und da ging's nicht Ich habe die Glocke getroffen, allerdings offscreen, aber das war mir sonst ein bisschen zu viel Theater, deswegen haben wir das jetzt so gemacht Genau, Hauptsache, es hat geklappt Ja, also es hat geläutet, ich hoffe, das war jetzt hilfreich Und jetzt müssen wir in die Mitte Also hier dann den ganzen Kappes nochmal machen, kommt da noch so eine Erfindung Ähm, da oben musst du dich dann irgendwo festhalten Also ich geh jetzt erstmal hoch, richtig? Ja, geh hoch Okay, dann sollte ich auch gleich ganz dringend Leben nehmen und speichern Ja, wir haben ja noch ein paar Medipacks, oder? Ich glaube eins Also, ne? Kannst du hier nach oben gucken? Ja Ja Ach, okay, und dann muss ich mich dann Ja, das scheint ja noch zu gehen Ja, wir haben ein Ach, zwei Okay, immerhin Ist doch besser Immerhin So Und jetzt hier dasselbe Spiel, geh ich mal von aus auf die Dinger und dann Genau Aber halt nicht schießen diesmal Ja, aber ich glaub, das hätte ich von unten schon besser hingekriegt, aber okay Ehhh, verdammt Hauptsache, du kommst dran Da, da nicht, liebe Lara Au Ja, das war, das war doch gut Perfekt So war es nicht geplant, aber so war es doch sehr gut Es sah toll aus Oh wei, ach, ein Hebel Was sonst? Achso, ich hab schon, ach, da liegt noch Munition, die hole ich mir zuerst Die müssen wir mitnehmen Na, für was ist das schon wieder? Muzzis Muzzis Mhm Gott, ich hör die Leute Geräusche machen, hört bitte auf damit Jetzt lass die Viecher frei Ja, warum auch Lara, also warum, warum tust du das? Also das, macht man das? Ja, sonst wird's ja langweilig Ich würd sagen, nein, kann ich euch nicht von hier schon erschießen? Weil ihr könnt das mit dem Sprung Na? Na? Ich hab euch, aha Ja, nu Ach komm Ne, ich will nicht, das sind drei Stück, da hab ich ein bisschen, ein bisschen Respekt hab ich davor Ach, stell dich doch da oben hin und baller drauf Bis die da sind, hast du doch erschossen Na, okay, dann Ja, kommen, ja, die kommen hoch, ne, die können ja auch, äh, flittern Ja, ja, die kommen da auch die Treppe hoch oder als was man das bezeichnen will Hallo? Ah, ja, hm, ist klar, Lara, würdest du bitte beide Waffen nehmen? Das wäre sehr nett Oh, der, der eine hat sich gerade aufgelöst, hast du gesehen? Ja, und du bist so müde hochzukommen Ja, ist doch auch gut Ey, der hat, der hat einen Hänger, der hat einen Hänger, der Typ Wie geil ist das denn, guck dir das mal, der hatte grad voll den Hänger Ja, siehste, so einfach kann's sein Okay, also da muss ich ja, da sollte ich wahrscheinlich auch mal reingehen, ne? Ja, da gehen wir jetzt zuerst hin Okay, ist das schlimm, wenn ich da runter, nö, nö, nö Nö, kannst du ja wieder hochgehen Okay, dann versuchen wir das mal Ach, ging doch Ja, das war jetzt nicht so schwer Guck mal, was da schon wieder liegt Ach, Gott sei Dank, ich bin ja begeistert Ja, Lara, aha, brauchst du nicht zu sagen, sag lieber Gott sei Dank Oh, oh Ja, ja, schon wieder Besuch Ne, 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 ne. Mensch. Ja, und hier oben muss ich ja eigentlich gerade... Ach ne, hier war ich nicht. Mein Gott. Hat man denn hier nicht mal 5 Minuten seine Ruhe? Ne, willst du die etwa haben? Äh, ja. Hätte ich jetzt nichts gegen. Nein, immer Remmy. Warum hat sich das da jetzt bitte hochgeklappt? Wozu soll das jetzt gut sein? Das siehst du gleich. Okay. Ja, also ich könnte ja jetzt zu denen da in den Käfig. Oder soll ich da gar nicht rein? Da liegt wahrscheinlich auch nichts, ne? Nö. Na, du kannst aber rein und dann... Weil wir müssen jetzt eh wieder runtergehen. Okay, gut. Dann gehe ich runter. Wenn es denn sein muss, dann gehe ich halt runter. Ja, ob es jetzt unbedingt muss, aber... Wir wollten halt mal durch den Käfig laufen. Und jetzt wieder hier dieses Hochschießen, richtig? Nein, jetzt kannst du an den Platten vorbei und zu dem Gitter da hinten hin. Zu dem Gitter da hinten hin. Ah, da, ja. Da durch, durch die Tür. Ja, ja, ja. Ich habe es gesehen. Da ist auch schon die nächste Platte und da müssen wir jetzt auch drauf springen und müssen uns an dem Teil da oben festhalten, was gerade aufgegangen ist. Okay. Nett. Nicht. Ja. Ja. Speichern wir mal wieder. Das hatten wir in dieser Folge ja so selten, dass wir gespeichert haben. Ja, jetzt wird nicht mehr gespeichert hier. Ja, das war doch gut. Sehr schön, du bist toll geflogen. Ja. Ach, ja, okay. Mhm. Okay. Ja, aber nicht... Ja, ich... Ich wollte es gerade sagen, nicht damit. Das ist ein bisschen Munitionverswendung. Ein bisschen ist gut. Springen... Es hat, hat geläutet. Gut. Dann kannst du wieder runtergehen. Na, dann A halt. Boah, irgendwie drehe ich mich, äh, ein bisschen oft heute. Ich bin schon ein bisschen sehkrank jetzt. So, hier müsste sie ja... Genau. Ja. Ach, und da kann ich jetzt einfach hingehen? Ja. Okay. Zur nächsten Platte. Juhu. Mal wieder festhalten. Ach, okay. Ähm. Ja, wahrscheinlich von vorne dann besser. Äh, ich hasse es. Ich glaube sogar... Ach, das war zu weit? Nee, zur Seite musste. Okay. Also nicht jetzt hier so, sondern... Ja. ...anders stellen, du weißt schon. Also so. Ja. Okay. Gucken wir nochmal hoch. Hm, ja, könnte. Da fliegt man jetzt hin. Ja. Und hier rutsche ich doch bestimmt wieder? Ja. Und dort in dem Loch ist auch die nächste Glocke. Also musst du jetzt erstmal... Genau. Ah. Dann hochziehen und zurückspringen und Waffen ziehen und schießen. Oh, ja. Okay. Okay. Also hochziehen, dann springen, dann Waffen ziehen schon mal und schießen. Ja. Ja, das war es nicht so ganz. Ja. Aber das Prinzip hat doch schon gestimmt. Joa, so ein bisschen. Ah, ich habe getroffen. Und jetzt können wir da drüben dann... Also nach links können wir dann raus. Da. Oben oder hier unten? Nee, oben. Also muss ich jetzt versuchen, da irgendwie hochzukommen? Ja, du springst jetzt wieder da dran. Ja. Du hangelst dich dann lang und dann können wir... Okay, gut. Runter. Gut. Ja. Ist das eine... Eine Hangelei und Gongelei, aber... Gongelei, ich habe ein Wort erfunden. Ich glaube, das gibt es nicht. Müssen wir mal in ein zweiter Buch schauen. Ah, ich glaube nicht, dass es ist... Sonst jetzt musst du wieder springen. Ein bisschen schräg. Ja. Hm. Sonst kommt so eine Stadt drauf. Ah, Frau Kroft. Nein, nein, nein. Das wollten wir ja nicht. Nochmal. Ah, Frau. Ah, hat sie mir wieder gezickt. Ja, ich weiß doch gar nicht, wie soll ich denn... Aha. Ja, so sollst du. Ach, meine Güte.